Ja, liebe Leute, ein weiterer kleiner Film von Otto. Diesmal das erste Mal unter Vollzeug, das heißt also auch mit Vorsiegel. Bei moderaten Windbedingungen, ich würde sagen Bikini-Segeln, aber der Wind reicht aus, um Otto voranzutreiben und das ist ja die Hauptsache. Ja, nach dem gestrigen Sieg Deutschlands, dem Zittersieg, muss man ja mal doch so sagen, war ja doch am Ende noch sehr spannend. Ein wunderschöner Samstag auf der Ostsee. Ilona ist leider nicht dabei, die wollte im Garten bleiben. Das wäre heute auch ein Segeln für Sie gewesen. Ganz entspannt. Aber wir machen Fahrt.